Da guckt ihr den planlosen Pinguin an. Ja, das ist blöd. Kein Zug mehr von uns. Es ist wunderschön. Nee, ernsthaft. Es ist wunderschön. Get up, boys! Mal ruhig, high five! Hey, fuck it yes. Komm mit in den Toten, man! Oh mein Gott! Frosty, die Lamberta! What the fuck? Ähm... Oh shit, Alter! Wenn ich mich in den Tot reißen will, man. Lass meine Lippen los. Der Präsident muss aufpassen. Das ist doch hier fucking Pepe. Oh, geil, wenn ich mich erwürgen will, während... Dude, das ist so cool, man. Ja, okay. Wir kommen eigentlich da rüber zu dir. Das ist einfach nur russpringend. Lass mich endlich los. Niemals. Niemals! Wenn ich mich niemals sterben lassen kann und am Hals festhält. Come on. Warte, ich lande auf die... Oh, Jesus. Autsch. Kann dann einer zu meinem Paket hochkommen und mir helfen, das hier runterzuziehen? Nein. Dann wird eh gleich das eigentliche Spiel starten. Dann guckt ihr den planlosen Binguin an. Ah! Das ist genau unsere Aufgabe. Sind wir die Helfer des Weihnachtsmanns? Müssen wir das Weihnachtsfest retten? Das ist... Das ist ja bisher nur die Lobby, was du gerade hast. Das ist nur die Lobby, ja. Das ist nur die Lobby, ja. Ich hab einen Climber bekommen. Nein! Ja, ich auch. Was hast du denn gekriegt? Climber. Schieben und... Climber. Oh, ich hab's. Moment. Boys. Boys. Oh, ich hab Climber noch gar nicht. Was kriegt man denn für Climber? Was musst du noch machen? Halb... Das heißt wahrscheinlich... Ich hab's so hoch drin. 100 Meter klettern. Ich hab das 46 wart. Oh, ich hab schon 100 geschafft. Hm. Echt jetzt? Oh. Nein, komm schon. Immer das gleiche mit dir. Dir geht's immer nur ums Töten. Nur ums Töten. Ja. Ja. Nie willst du reden. Mach keinen Scheiß jetzt. Der klaut nen Zug, man. Der klaut nen Zug. Was? Ich werde mich niemals kriegen jetzt. Alter, in einer Geschwindigkeit haut der ab. Oh. Oh. Äh, ins Loch, würd ich sagen. Ja, einfach mit irgendwie vier Leuten das Paket aufnehmen. Mit vier Leuten? Ja, genau. Auf dir dann eine Ecke und dann... Halb, ihr watscht, Mann. Come on. Heisenberg? Yes, das funktioniert! Wut, wut, wut. Okay, ihr braucht meine Hilfe nicht. Ich lauf einfach neben und schau gut aus. Du bist der Dirigent für... Ah, Gott! Ah, ich werde angequetscht, dass wir umziehen. Ich spring mit dem Paket rein. Fuck, am Endeffekt. Let's gooo. Oh, Jesus, Bro. Okay. Okay. Wir haben gewonnen. Alles feier wird es immer, wenn man ein Geschenk reinlust. Ich habe hier drüber katapultet, die Geschenke hier. Kann man auch noch reinlust. Aber nur bei den Großen dachte ich, oder? So, ist mein Haus hier. Weiß nicht. Ah, ne, bei jedem. Geht weg. Hier ist nur ein kleines. Hey. Ich mach zu. Auf dem Zug, da liegen noch zehn Geschenke drin, ja? Denk darüber nach, was du gemacht hast, Junge. Ich schlafe jetzt. Hallo. Ich schlafe jetzt. Was war das Sprintknopf? Masturbierst du da drin, ey? Nur ein bisschen. Sprintknopf? Äh, Viereck auf der PS4-Klasse. Ja, aber für... Warte mal, das ist die falsche Seite. Der Tür, Mann. Hä? Oh Gott. Eisenberg. Oh, komm mal. Alles raus rein. What? Was geht ab, boy? Was will die Video ausschließen? Um mal hier... Um mal hier das Fenster zu machen. Um das Fenster zu machen. Um mal hier hotboxen. Erst mal hotboxen. Echt die Tür zum Krieg? Ah, nein. Fingurine nicht willkommen hier, ey. Fingurine, keine Fingurine. Ja, ich mach's dazu für euch. Schau dir die Vogelrassisten an, Mann. Hey, oh Gott. Was ist denn das für Kopf, Alter? Das ist mein Kopf, Mann. Willst du meinen Kopf beleidigen, oder wie? Was ist das für den Mund, Mann? Den hab ich eigenhändig gezeichnet. Stopf den. Das Fenster mit Alkoskopf. Ja, was? Do it. Ah, oh. Nein, hast du meinen Fehler? Nein. Oh Gott. Oh, das ist so gut. Together was wrong. Oh, ich bin weich auf Murphy. Ich starte jetzt mal das richtige. Ich starte jetzt mal das richtige. Hey, hey. Der Frosch. Frosch? Du hast grad einen verdammten Mord verhindert. Weißt du, was passiert ist, Mann? Äh, ich hänge in der Luft. Das ist okay. Du stehst hier auf dem Boden, oder? Das passiert allen Mal. Echt? Das läuft ja, Mann. Oh. Oh. Okay. Okay. Bewege ich mich bei euch? Äh, Moment. Ah, okay. Jetzt weiß ich was eh du meint. Ich hänge in der Luft. Springen! Wir lassen uns hier grad vor dem Zug mitschleifen. Ziemlich unangenehm für mich. Schau mal hier ein bisschen um, vielleicht bin ich irgendwie Höhlen. Du hältst dich grad an meinem Genital fest, also ich glaub für mich ist es um einiges unangenehmer. Dann müsste ich auch ein bisschen weiter linken treiben. Ich bin Rechtssträger. Und mit Rechtssträger meine ich Linksträger. Oder auf welche Seite du dich auch immer feststellst grad. Ähm, ist dieses Katapult, ich hab das rumgedreht. Lass mich jetzt dann wegkatapultieren damit. Ach so. Ich weiß nicht, welches Katapult du weinst, aber okay. Ah, dieses Katapult. Beim Spawn am Anfang. Oh shit. Ich muss irgendwie wieder festziehen. Mach das mal, Alter. Alle mit meinen kunstvollen Armen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das ist ein bisschen wie... Aber das ist fertig. Okay. Soll ich dich abfeuern? Ist das nicht fertig? Doch, ist fertig. Ist fertig. Ich hab mich dann gleich. Ist fertig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wer feuert mich jetzt ab. Warte mal. 321 gooo. Left off. Yeah boy. Boi. Oh, an der Nase. An der Nase, Mann. Da gibt's Schneemann an dem Schneemann. Ich starte das mal. Ja. Gleich mal mit zweiten Train. Mal gucken, vielleicht wäre das besser. Hallo, Best Train Team EU. Oh Gott, ich fahr daneben. Warum? Why? Au. Du steht mir so rum? Ja, ich fäng wieder in der Luft. Was ist mit deinem Internet los? Das liegt nicht am Internet, das liegt an irgendwas anderem. Ich fange schon mal ohne mich an. Ich versuche es rauszufinden, woran es liegt und dann. Oh Gott. Ja. Wahrscheinlich irgendwie dein Portset-up oder was? Ja, unangenehm, Mann. Unangenehm. Was machst du denn eigentlich? Das benutzt bestimmt die 27.15. Die normalen Steam Ports. Meine Tür! Nein! Aber ihr geht durch die Tür? Was geht hier oben? Habt ihr schon mal auf den Zug geschaut? Da kommen wir nachher hoch. Da kommen wir nachher hoch, sagt der einfach so. Du kannst auch hoch. Da kommst du auch außen rum. Wenn du jetzt außen rum gehen, kommen wir da auch hin. Okay, ich komm mit. Ne, das habe ich schon gespielt hier. Ja, das habe ich schon gesehen online. Ha. Ne, jetzt habe ich halt echt... ...fucking human for flat vorgeschlagen oder irgendwie sechs Leute waren. Was mit acht Leuten spielen kann. Krieg Xendo ist irgendwie einfach weg. Eisberg hat keinen Bock. Oh Gott! Ich häng fest. Ah, komplett dort und was zieh mich rüber. Kann man sich auch selber rüberziehen. Boys! Oh, ich wollte auch gezogen werden von dir. Wer was, worüber ziehen? Da ziehen. Carry on my wayward sun, man. Tu es, tu es. Carry on my wayward... So, sehr gut. Drück. Press the button. Push the button. Don't push the button. Ah! Ah, this is not the button. Why are you kidding me, Mr... Mr Heisenberg? Oh Jesus. Oh Gott, nein! Oh, wir starten hier. Ja, dammit. Ich hab den Zug mal zurück. Ich dachte, ein Spot auf Alko weiter vorne. Ich hab meinen Arm. Mein Arm ist gebrochen. Alter, schau dir meinen Arm an. Ich stehe da wie fucking Shaggy, Alter. So, mhm. Just a bit sleepy, man. Ah, jetzt hab ich ihn wieder vorne. Alles gut, wieder eingerenkt. Ah, der kommt mal rüber, oder? Easy. Oh. 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 Ah, ja. Platforming Skills. Technical Ass. Ich hör fast, äh... Wir haben gesehen. Bei Game Awards haben das gezeigt. From hat ein neues Game geteased. Ja, man. Shadows Die Twice. Alter, das ist Tenshu. Das ist das... Also, ich weiß es nicht, weil ich von diesem drehenden Knochen halten soll, aber er hat mich tief berührt. Als ich dieses japanische Musik, die da läuft, gehört hab, und dann auch noch Shadows da gehört hab, also es ist Tenshu. Hoffentlich ist es Tenshu. Auf jeden Fall Tenshu. Aber Mökumawa ist schon mal gestorben in Tenshu, von daher. Nicht am Kopf. Ah, ah, au. Oh Gott. So sterben Leute, Alko. Echt hier? So sterben Leute. Glaubst du das? Ich glaub's. Ich glaub das Leute ist gestorben. Oh Gott. Oh Gott. Kann er seine Hände mal weg? Wegnehmen. Er kann nicht hochgreifen. Was ist los für dich? Warte, warte. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich fall. Nein, wir können auch außen rum gehen. Das würde auch gehen, aber... Ich kann hier auch hochdrücken, man. Ah. Come on, boy. Ich will nicht stark genug. Ja, 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 ja. Schaffst du's? Nein. Warte, warte. Kann er sich mal nicht unten festhalten, sondern auf die Arme hochnehmen vielleicht? Nein! Oh, komm wir überhaupt noch hoch jetzt? Oh nein. Hochspringen wahrscheinlich. Okay. Unzuwert nicht. Okay, easy. Ich bin zu schwach. Hey. Ah, wenn ich die zweiten Arme nicht wegnehmen würde. Ich bin immer einen Arm weg. Ich sprung wie ein junger Gottmann. Oh Gott. Lass mein Kopf lassen. Nein. Ich sehe nichts. Ich muss die Kamera hoch tun, um zu springen. Oh Gott, ich hänge an dir. Ah. Oh. Oh. Also es läuft weiter einfach. Das spawnen eh dem nächsten Sekunden gleich. Ja, ja. Ich will euch ja auch noch leiden sehen. Ah. Ah. Aber man könnte den Zug einfach rüberziehen. Das gäbe ich hier auch. Ich wollte gerade sagen, einfach näher anziehen. Das stimmt. Wir müssen ja nicht oben sein, aber rüber zu ziehen. Ich bin ein Touristischer aber. Tourist nicht Terrorist. Also. Es hilft manchmal ein besoffener Schneemann zu sein in dieser Welt. Der ein bisschen aussieht wie Bam Margera. Wenn ich mir meine Figur ein bisschen genauer anschauen. Die Hose macht es halt. Die Hose der Pulli und so. I'm coming. Nope. Doch, siehst du. Da bin ich. Sogar als Erster. Puff, puff, pass. Fick diese Box. Nein. 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 Genau wie ich es geplant habe. Jetzt kann ich dich nämlich zu meinem Sklaven machen. Oh, goddammit. Oh, Alter. Buddy slamming. Buddy slamming. Come on. Buddy slamming. Doch. Alter. Wie ich ihn. Das ist das Lucha Underground. Look at it. Das sieht ein bisschen aus, als wenn wir wüssten, was wir machen. Oha, der Jokeslam. Nein. Der Jokeslam. Warte, warte. Nein. Oh fuck. Rette mich. Ich wollte dich nicht töten. Ah, tschau, tschau, tschau. Alter. Dann rennst du mal mit dir die beiden mit dem Walls of Jericho. Oh, god. Alter, der Bulldog. Hmm. Fällt sich raus. Ich gehe über IPv6 rein. Okay. Du sowas nicht. Das ist ganz schlecht. Frichtigereine mit dem Walls of Jericho, genau. Kommt doch mit dem Frogslam, Splash, Mann. Ja, der hat echt Jokeslam, Mann. Das ist zu geil. Du kommst jetzt mit, Junge. Du kommst jetzt mit. Hier runter. Oh god. Ha. Get the elevator. Das wäre nach oben gehen. Muss man hier mal drücken. Auf den Knopf weiter. Ha. Du musst die Kiste da auf tun. Ach so. Jetzt wieder hoch. Ach Gott, das ist so knapp für hoch und runter. Oh, okay. Hättest nicht hochklettern müssen. Aber das war cooler. Äh, Kleinboy. Jetzt habe ich es auch nicht gekriegt. Ah, Kiste. Go. Kein Wunder. Ich habe gedrückt. Tschüss. Oh Gott. Lauf. Lauf. Goodbye, Yellowboy. Oh, Yellowboy. Schmeiß. Schmeiß. War auch die Kiste. Komm schon. Sehr ganz schlecht. Hä? Hey. Meine Kiste. Meine Kiste. Oh, Jesus. Oh. Oh. Ob ich mir fast den Kopf zum Matsch hätte. Das sieht so geil aus. Rektor für 6, Alter. Das ist das. Amazing. Nice Glamour. Let's go. Vielleicht auch nicht. Fass meinen Arsch. Ich wollte dich hoch. Sugoi. Ich wollte dich hochdrücken. So, fall dich runter. Das war echt nur fürs Team, Mann. Team. Nicht Intim. Ach. Fürs Team. Für Gaben. Ich kann das gerade so. Ich steh zwei drüben. Geht das nicht. Einer Richtung. Andersrum, ja. Irgendwie. Ah ja. Ich glaube, es ist besser, wenn das einer macht. Können wir gerade mal sehen, ob ich es gerade nicht die richtige Richtung gemacht habe, weil sie es ganz langsam bewegt hat. Fehlerleicht, diese Kiste. Fehlerleicht. 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 Aufzug schon mal wieder. Yes. Yes. Come with me, boys. Haha, hallo. Woo. Haha. Oh ha. Oh ha. Oh, guck mal dazu, wie ein Feld war. Das war jetzt, wie ein Feld ist. Die Erleuchtung. Die Erleuchtung? Ich darf er dazu kennen. Untertitelung des ZDF, 2020